Gucken wir mal. Ne, ist da. Liquid Gun Mittel wird hergestellt. Ebenfalls. Wow. Her damit. Her damit. Was fehlt? Äh, äh. Ich hätte gerne Power Amo MK2s. Mehr als einen. Also ich muss meine eigene gleich ausziehen, das ist okay. Äh, was baue ich noch? Äh, 30 Speed Module, 36 Effektivitäts Module. Wir haben, glaube ich, auch 150 Schittinen. Äh, da. Ja, macht 200 draus, ist okay. Das hat mich jetzt echt überrascht. Also erstmal stellen wir nur einen her und dann, puf, 100.000. Komisch, komisch. Na gut. Äh, oh, da kommt mein Schittin. Sehr gut. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Lauf irgendwo hin, um irgendwas zu holen für irgendwas. Äh, da. Genau, die Effektivitäts Module. Lauf, laufe, 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 laufe. Da, 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 da. Da sind sie. Die sind noch gar nicht angeschlossen. Okay. Eisen, Kupfer, grün. Eisen, Kupfer, grün. Go, go, go. Ich will das nicht alle selber machen müssen. So, was brauchst du? Du brauchst Eisen, Stahl, Grün und die Vorgängner Version. Ja, also Eisen, Stahl, Grün, Vorgängner Version 1. So. 100 Stück. 100 Stück. Nicht so viele, äh, 50 Stück. Und das können auch ruhig mal schnellere Fabriken werden. Also ich breche kurz die Türme ab. Und bau davon vier Stück. Ich breche das ab. So. Damit das alles hier ein bisschen racki zacki geht. Weil ich bin sehr gespannt, wie viele Slots das genau hat. Und wie sich das aufgeht mit dem Muster und so weiter. So, du brauchst Stahl, Grün, Rot und die Vorgängner Version da. Das da. Stahl, Grün, Rot. Ja, Stahl sollten wir auch nicht immer 100er machen. Fällt mir gerade auf. Das habe ich bei den anderen auch schon falsch gemacht. Weil Stahl, ne? Ist hier so ein bisschen problematisch, das mit dem Stahl. Da kommt jetzt alles angeflogen. Oh, und Kisten beschränken. 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 Und die für später auch schon mal irgendwie beschränken. So. Fabrik ist schon eine fertig? Ja, sogar mehrere. Du, du, du. So. 36 Stück davon brauche ich. Und 30 von denen hier. Äh, stopp, 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 stopp. Welche sind das? Das sind Zweier. Die Zweier kann ich doch mal alle hier reinhauen, oder? Ja. Die eine kann ich hier reinhauen. Gut. Äh, die hätte ich schon mal. Chitin habe ich. Gunmittel habe ich. Die zwei Powerarmors fehlen. Weil irgendwie wird die eine gar nicht angeflogen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich eine zweite hergestellt hatte. Ja, jetzt von Hand nach gucken werde ich garantiert nicht. Aber ich schmeiß mal die Snipermunition rein. Das da rein. Das da. So. Ist doch schon mal ein bisschen übersichtlicher. Die Standard-Mining-Juice brauche ich auch nicht. Und den Landfill hätte ich ja dann auch nicht mehr so wirklich viel davon im Inventar. Schmeiß das auch mal alles rein. So. Muss ich jetzt echt noch eine zweite bauen? Ich glaube, ich warte einfach nochmal ganz kurz. Vielleicht sind die Roboter ja gerade so ausgelastet, dass da nichts zustande kommt. Nö, 1000 Roboter haben nichts zu tun. Das heißt, die Kohle ist schon wieder alle. Hier muss man ganz kurz gucken. Das wäre jetzt krass. Ne, er ist nicht geschafft. Das fehlt hier auch schon zu zerstören. Du kannst weg. Aber wie viel Kohle haben wir im System? Wir haben 70.000 Kohle. Ich glaube, das reicht langsam. Wenn es nicht reichen sollte. Wow. Okay. Wenn es nicht reichen sollte. Wenn wir irgendwann Kohlemangel haben. Dann kann ich das hier immer noch wieder aufleben lassen. Das heißt, der Plan ist jetzt voll. Ich muss dich verschieben. Und zwar mal da so hin. Lass ich euch abreißen. Weg, weg, weg. Und dann setze ich die Mauer hier. Verlängere sie einfach. Okay, wird gleich nachgeliefert. Das ist kein Problem. Dann hätte ich gerne hier irgendwo einen Durchgang. Damit ich immer noch zu dem... Achso, war nur ein Feldbreit. Ja. Hätte ich hier gerne einen Durchgang. Dafür hätte ich gerne... Die Dinger da. Sind hoffentlich noch im System. Abdeckung ist gewährleistet durch die Dinger. Ja. Dann schnappe ich mir jetzt die neuen Silbertürmer. Setz mal einen Goldschirm dahin. Man sieht optisch anders aus, oder? So, weg, 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 weg. Kann ich auch alles später mit den Roboter machen lassen. Ja, stimmt. Wenn ich die Robopost stehen lasse, können die Roboter die gesamte Verteidigung... Nein! Alter. Das war nicht nett. Das war ein Goldturm. Verdammt. Das ist tierisch nervig hier zu stellen. Strom. Strom ist super. Okay. Ja, das ist der Riesennachteil bei den Goldtürmen. Und bei allen folgenden Türmen. Es kann ja gut und gerne sein, dass sie toller sind und besser und effektiver und reichweitentechnisch supergenial und was weiß ich. Aber wenn ein Sniper kommt und dann einmal spuckt, sind sie trotzdem kaputt. Und dann sind mal eben Ressourcen im Wert von Schieß-mich-todzig-Millionen weg. Habe ich dieses komische Ding jetzt dabei? Ja. So. Das Ding ist jetzt sicher. Also reiß bitte ab. Stromversorgung muss noch erhalten bleiben. So. Ja. Das ist da noch erhalten. Gut. Die Akkus hier hätte ich noch gerne. Ist das krass. So. Das wird abgebaut. Das wird abgebaut. Bäume könnt ihr auch ruhig gerne mal mitnehmen. So. Und dann, wenn das gleich alles abgebaut ist, dann baue ich den da ab und die Sachen. Das ist ja immer noch im Radius von dem da. Dann baue ich den ab. Der ist noch im Radius von dem da. Und dann ist das alles gleich weg. Ach so. Neue Türme, oder? Wären vielleicht ganz nett. Und auf der Höhe. Erstmal so provisorisch einfach eine Reihe. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr Wahlecke und so. Und dann ist gut. Und ein Durchgang zum Durchlaufen. Sind doch ganz schön ausgelastet, die Jungs. Das weg, das weg, warten. Oh, der eine Turm auch. So. Licht hätte ich hier noch ganz gerne. Ja, mach einfach hier Licht, dann kann sich hier noch... Oh, nicht so viel Licht. Oh, so ein bisschen jedenfalls. Oh, keine Stromabdeckung. Ah, 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 so. Kommt das? Ach so. Sie wollen ihren eigenen Robo-Port nicht abreißen. Ohne, das ist schon der zweite Robo-Port. Okay. Dann reißt doch bitte das hier alles ab. Genau. Baut euch selber ab. Dann baut euch hier selber ab. Und es ist so, als hätte es den Kohle-Außenposten nie gegeben. Krasse Sache. Hier habt ihr auch keinen Strom. Ähm... Ja gut, dann da, da. Die Mauer wirkt aber noch ein bisschen frisselig. Ja, da fehlt noch eine Reihe. Ja, gut. Warum wird da nichts Neues angeliefert? Das ist auch komisch. Aber ja, dadurch sparen wir jetzt ein bisschen was an Strom und das sieht ein bisschen besser aus. Wobei das da jetzt wieder doof aussieht. Aber gut. Ein doof aussehen zur Zeit. Haben wir denn jetzt inzwischen eine Power-Armor-MK2 bekommen? Nein. Also baue ich eine. Was? Nein, hör auf. Also für die brauchen wir anscheinend auch die grünen Module. Das heißt, ich hole mir die jetzt mal ab. Da. Dann baue bitte das da. Direkt ohne die ganzen Vorstufen. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch mehr Module und dann ist er auch fertig. Drei Module noch. Was fehlt dir? Stahl ist da. Ach, grüne Chips fehlen hier. Habe ich die wieder abgeklemmt? Ne, ja, wir haben... Ich kann auch Eisenplatten. Die sind aber alle aktiv. Achso, wir haben wenig Eisen, weil wir jetzt mehr Stahl haben. Ja, ich brauche also noch mehr Schmelzen. Ich brauche noch mehr Schmelzen, die jetzt wieder Eisen ranschaffen. Habe ich diesmal Stahl, um eine Schmelze zu bauen, um Schmelzen zu bauen? Ja, baue bitte die Schmelze. Also das Balancing da irgendwie hinzubekommen, das habe ich noch nicht ganz auf die Reihe bekommen. Also das von allen Ressourcen immer noch da ist. Selbst in dieser Hightech-Stufe jetzt, wo wir halt sehr viel automatisiert haben, klappt das bei mir noch nicht so ganz. So, gib mir das. Jetzt haben wir... Immer noch nicht genug. Wo ist das Problem? Achso, ich muss meine Rüstung ausziehen. Ja, mach die vor, bitte erstmal. Nackig. Zieh sie aus. Wie? Was? Wir sehen anders aus, als wenn wir die Rüstung anhaben? Ernsthaft? Ja, sehen wir. Sehr cool. Ach, das ist ein sehr schönes Feature. So was mag ich. Äh, da. So, und jetzt brauchst du bitte die MK3. Düm, 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 düm. Das sauer ein bisschen. Hui, bin ich langsam. Ach, die kommen ja alle hinterher, die Roboter. Ah, ich kriege wieder Schettin eingeliefert. Ja gut, da können wir eine Mauer draus machen, ist okay. Ich hätte gerne Highly Advanced Money. Boah, ist das langsam. Toc, 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 toc. Ich hatte einmal. Gut. Toc, 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 toc. Ich hätte gerne da das Maragdzeug. 30 Stück ist nicht viel. Das ist, glaube ich, einmal Munition. Ne, 15 war eins. Okay, das sind zwei Schuss gerade gewesen, die wir nochmal gefunden haben. Alles okay, das kommt da auch noch rein. So, die Rüstung ist fertig. Ähm, 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 ähm. Wo? Ich sehe die Rüstung nicht. Achso, hat er schon angezogen. Ha. Und sie hat keine eigene Grafik. Oh, das ist schade. Ich hoffe, das wird in der nächsten Version gefixt. Wow. Ist ein dozentes Upgrade. Ähm. Ja. Ja.